Und dann hast du selber schon ein bisschen improvisiert, das heißt ein bisschen umprobiert. Beim Skifahren fährst du ja auch einmal debögelen, schnellere Bögelen, langsamere Bögelen. Da kannst du jetzt so probieren. Wir haben zuerst nur so gemacht. Und jetzt kannst du... Beim Pulverschnee... So, dreimal drückst du da, kurz, kurz, lang. Und da wieder das Gleiche. Und wir ziehen. Untertitelung des ZDF, 2020